Der Name dieses Mannes darf öffentlich nicht genannt werden. Das ist Burmas herrschende Militärregierung, eine der schlimmsten Diktaturen dieser Zeit. Dieser Mann ist gefährlich. Sagana ist Burmas bekanntester Komiker. Seine Waffe gegen das Regime sind sein Witz und sein Humor. Alle Versuche, ihn mundtot zu machen, schlugen fehl. Ohne Gerichtsverhandlung wurde er zu 35 Jahren Haft verurteilt. Beindruckt von Saganas Kamm für die Meinungsfreiheit reist Michael Mittermeier nach Burma, um der Welt die Geschichte dieses einzigartigen Menschen zu erzählen. Er ist in den Menschen's minds. So, das ist die Garte der Pris und die Schleuchte hinter dieser Wand. Ich hoffe, dass Sie weiterhören. Nein, sie können Sie nicht zerbrechen, sie können Ihre Geist zerbrechen. Sagana, ich hoffe, dass wir uns einander sehen. Ich bin sehr glücklich. Das wird es gut. Ich bin sehr glücklich.